So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke und heute mal was ganz besonderes vor. Ich freue mich auch schon riesig. Eigentlich freue ich mich überhaupt nicht und außerdem tut mir schon wieder alles weh. Wer es nicht weiß, ich habe Probleme mit meinem Knie, deswegen kann ich auch keine Treppen hochlaufen. Deswegen muss ich immer Treppen fahren mit dem Fahrstuhl, aber nicht weil ich fett und faul bin, sondern nur weil ich fett bin und deswegen... Aber egal, ich laufe gerne, ich bewege mich gerne, aber wenn es ums Knie geht und das Knie einknickt, da habe ich rechts meistens übelste Probleme und Schmerzen und alles. Ich laufe jedem davon, ich sage es euch. Aber sobald eine Treppe kommt und es einknickt, ist Feierabend. Trotzdem hat Natururin zu Kniebeugen eingeladen und ihr merkt jetzt schon, dass ich gar keine Puste mehr habe. Das kommt jetzt aber nicht durch Treppen oder Knie, sondern trotzdem durch das Übergewicht. Und er hat gesagt, 100 Kniebeugen und ein Bier. Jetzt habe ich mir hier ein Bier geholt, das gute 5-0-Dosen-Bier. Er hat gesagt, 0,33 Liter, ich habe jetzt hier 0,5 Liter. Sonntag ist eh egal, keine Ahnung, wir werden es einfach versuchen nebenbei zu trinken. Regeln, wie immer, 20 Kniebeugen, schluck Bier, 20 Kniebeugen, schluck Bier, 20 Kniebeugen, schluck Bier. Und wenn ihr die 100 erreicht habt, muss das Bier leer sein und ihr müsst die 100 schaffen, sozusagen. Jetzt gucken wir mal kurz, was der Adi da schon wieder macht. Adi, was machst denn du da? Ja, was machst denn du da? Ist das ein Pinguin? Du hast doch gerade unter dem Sofa rumgewöhnt. Mach halt weiter. Lass dich nicht stören. Los Adi, mach was, mach was Lustiges. Wo ist denn dein Einsatz? Ich verstehe es nicht. Einsatz. Wie ihr seht, filme ich jetzt auch mit der alten Kamera. Da das Video bestimmt länger dauert und nicht so lange brauche, um das zu machen, nehme ich extra die alte Kamera, damit wir so ein Gammelfeeling hier haben. Damit das zu meiner Stimmung passt. Und damit die Datei nicht so groß wird, dass ich die besser schneiden kann. Ich stelle euch jetzt auf jeden Fall mal hier vorne hin. Ich habe mir das hier alles schön aufgebaut. Das Fischei ist drauf. Extra schön bis hinten ausgefahren, dass ihr links und rechts auch einen fetten Rand habt. Hier haben wir auf jeden Fall das 50er Dosenbier. Das dürfen wir ja schon aufmachen, oder? Ja, dürfen wir bestimmt. Hier habe ich meinen Mafia 3 Tisch. Zack, das Dosenbier ist auf jeden Fall auf. Aber wir dürfen erst trinken, wenn wir 20 gemacht haben. Ich weiß auch nicht, wie weit runter. Natururin ist bestimmt weiter runtergegangen als Flatti. Flatti ist auch schon ein alter Mann, hat er gesagt. Ich bin noch älter. Ich bin eine alte Frau. Im Gegensatz zum Flatti. Aber egal. Das jetzt mal hier machen, du. Guck, wir fangen einfach an und schauen mal, was das wird. Ich versuche Flattis Video einzublenden, aber auch Natururins Video, obwohl der das ja verschnellert hat. Mal gucken. Nehmt es mir nicht für übel, wenn ich nicht so... Ihr wisst, mein Knie, Junge. Deswegen, so. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 17, 14, 15, 15, 15, 16, 15, 18, 20. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich merke jetzt schon, wie die Lunge nicht mehr geht. 21, 22, 21, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 28, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 37, 38, 38, 39, 40, 40. 30, 30, 30, 40 und nochmal einen Schluck Bier nehmen, der Adi hat sich schon verkrochen. Erstmal Luft holen, 31, das zieht schon, 32, 33, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40. Noch 40 Stück? Ich kann nicht trinken. Wenn ich das höre, klingt wie beim Iswo, wenn der Iswo Sport macht oder so, das hört sich genau so an. Obwohl der Iswo biegt 1 Drittel von mir und hat 0,2% Körperfett. 64, 65, 66, 67, 68, 68. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 68, 68, 69. falls ihr das bemerkt habt da habe ich zweimal gepupst das gehört dazu bei so einem anstrengenden nach 20 Stück von wann das Bier sich mit dem Speichel vermischt und er einfach gar keine Luft mehr kriegt 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ach so muss ich das jetzt eigentlich leer machen dann die restlichen 20 und dann kann ich nach den letzten 20 nochmal einen Schluck trinken ich weiß es nicht ich glaube bei 100 muss das leer sein wir müssen also erst trinken ist leer nix drin lassen wir es mal vorher raus und noch 20 Stück das wird mein schlimmstes Video 90 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 100 war doch gar nicht so schwer oder? so wenn ihr das auch mal machen wollt dann gönnt euch eine Dose 500 Dosen Bier macht 100 Kniebeugen trinkt ein Bier zwischendurch ich dominiere Kanal Phänomenal und den ISWO der ISWO mag doch gerne Spott weil der Turin und Vladi die haben das schon gemacht Kanal Phänomenal und ISWO können das ja auch mal probieren das war es jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus Vladi will auch raus ach Dadi jetzt verwechsel ich die schon wieder guck mal Bier iiii das war es von unserer Seite aus wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin peace out vorhaut euer Adi